Also wenn du zum Beispiel durch die Stadt läufst, siehst eine Bekannte und die grüßt dich irgendwie unfreundlich oder gar nicht zurück und bleibt auch nicht stehen zum Reden, wie erklärst du dir das? Psychologie hat herausgefunden, dass die meisten Menschen dazu tendieren, sowas auf die Persönlichkeit zurückzuführen, nach dem Motto, grüßt nicht, boah, was für ein Piemel. In der klassischen amerikanischen Studie dazu wurden Leute bezahlt, um ein kurzes Statement pro oder contra Fidel Castro zu schreiben, damals war das noch ein brandheißes Thema in den USA, Kuba, Kommunismusangst etc. Und diese Essays oder Statements haben Versuchspersonen gelesen und sollten einschätzen, inwiefern das Geschriebene den ureigenen Standpunkt des Schriftstellers reflektiert. Also stell dir vor, du kriegst einen Text und dazu sagt dir jemand, schau mal, dieser Text reflektiert nicht die Meinung des Autors, denn wir haben ihm oder ihr Geld dafür gegeben, das so zu schreiben. Inwiefern reflektiert der Text die Meinung des Autors? So gesehen keine besonders schwierige Aufgabe zu sein, aber die Versuchspersonen dachten damals trotzdem, dass die pro Castro Essays von pro Castro Menschen geschrieben worden waren. Das ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Und das Ding ist, wenn ich mein eigenes Verhalten beurteile, bin ich ziemlich gut im Bilde über meine Situation. Ich fluche, weil die Bahn zu spät kommt, ja klar mache ich das, denn ich bin noch im Weg zum Vorstellungsgespräch, den Job würde ich tatsächlich gerne machen, der Bus war auch schon zu spät, sodass ich schon eine Bahn später nehmen muss und jetzt schaffe ich es nicht rechtzeitig, obwohl ich überpünktlich losgegangen bin. Und? Andere Situation, anderer Tag, ich sitze gemütlich in der Bahn, werden fünf Minuten Verspätung angekündigt und jemand drüben im Waggon fängt der Abstand zu fluchen. Choleriker, aggressiver Mensch einfach, ne? Ich habe mal von einer Übung gehört, die ziemlich genau dieser Tendenz entgegenzuwirken scheint und die geht so, wenn jemand was macht, was du doof findest oder nicht verstehst, denk dir 71 Erklärungen dafür aus, die du akzeptieren würdest oder könntest. Und das hat mir immer gefallen, auch wenn ich es noch nie ganz durchgezogen habe, stelle ich mir ziemlich kathartisch vor, muss ich sagen. Also, wenn ich zum Beispiel durch die Stadt läufe und meine Bekannte grüßt mich nicht, wie kann ich mir das erklären, außer mit Marc mich nicht und Pimeline. Zum Beispiel, sie könnte total übermüdet sein, Streit mit dem Partner, Stress auf der Arbeit, ihr Vater ist schwer krank und sie ist besorgt. Sie hat mein Hallo gar nicht gehört, weil gleichzeitig jemand in der Nähe laut gelacht hat. Sie hat heute einen neuen Pickel an sich entdeckt, findet sich darum gerade hässlich und schämt sich. Sie ist verliebt und in Gedanken woanders, sie muss schnell zur Bahn, weil sie auf einem Weg zum Vorstellungsgespräch ist. Sie hat erst gestern jemanden getroffen, freundlich gegrüßt, der mir zufällig unheimlich ähnlich sieht. Und so weiter. Reicht's? Reicht, ne? Ja, gut. Fundamentale Attributionsfehler. Im ersten Semester saß ich völlig unvorbereitet in den Vorlesungen und war entsprechend überrascht, als die Dozenten anfingen, von Zwillingen und von Adoptionen zu sprechen. Was hat das mit Psychologie zu tun, dachte ich. Ich wusste nicht, was Psychologie war, aber das war es irgendwie nicht in meinem Kopf. Und es stellte sich heraus, dass es um die berühmte Anlage-Umwelt-Debatte ging. Die Frage also, inwiefern Gene, beziehungsweise die Umgebung, in der wir aufwachsen, uns beeinflussen im Leben. Aber inhaltlich nur kurz, eineige Zwillinge haben identische Genausstattung. Da hat also jemand am Anfang den Bauplan genommen, STRG C, STRG V gedruckt und dann die Mutter gebären lassen. Bei zweieigen Zwillingen und normalen Geschwistern sind genau 50% des Genmaterials gleich. Deshalb untersucht man Zwillinge, eben weil diese Parameter bekannt sind. Die Adoptionen kommen ins Spiel, weil man auch mehr oder weniger verschiedene Umwelten untersuchen möchte. So funktioniert Forschen. Man nimmt eine oder mehrere Variablen, in diesem Fall Gene und Umwelt, nennt man dann die unabhängigen Variablen und stellt diese jeweils erst auf 0, dann auf 1 und guckt, wie das das Ergebnis beeinflusst. Und wenn jetzt zufällig Zwilling A bei Familie Humperdingen gelandet ist und Zwilling B bei den Badstubers, geht man von zwei unterschiedlichen Umwelten aus. Und so kann man dann die Erblichkeit ganz gut berechnen. Das ist alles nicht ganz simpel, aber immerhin recht geradlinig, logisch. Worauf ich hinaus will, sind zwei Metapunkte, die für mich immer weniger leicht greifbar sind, aber doch wichtig. Und das ist zum einen, dass solche Erblichkeitswerte, und dasselbe gilt auch für viele andere Werte in der psychologischen Forschung, dass solche Werte für den Einzelfall wenig Aussagekraft haben, wie eben beim Attributionsfehler, ne? Und noch weniger einen konkreten Einzelfall vorhersagen können. Dass Intelligenz eine Erblichkeit von ungefähr 50% hat, heißt nicht, dass nicht morgen zwei dumme Menschen ein Genie zur Welt bringen können. Es geht also meistens um irgendwelche Durchschnitts- oder Mittelwerte von ganz vielen Menschen, die sich nicht eins zu eins in die individuelle Sphäre übertragen lassen, zum Beispiel in der Form, dass ich sage, dass nur 50% meiner Intelligenz durch Training oder sonst was beeinflussbar sind. Und der zweite Punkt, der lose mit dem ersten zusammenhängt, ist, dass solche Untersuchungen innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens stattfinden, den ich gemäßigt nennen möchte, wie unsere Breiten gerade. Zur Veranschaulichung, sowohl Gene als auch Umwelt können einen ultimativen Einfluss haben. Also wir teilen 90% unseres Genoms mit Laborratten und unterscheiden uns gefühlt auch ziemlich von denen. Und wenn ich zum Beispiel erschossen werden würde, fände ich es fair, von einem ultimativen Umwelteinfluss auf mich zu sprechen. Noch ein anderes Beispiel, Laktoseintoleranz in einer Gesellschaft mit einer strikten Milchdiät wäre ein großes Problem. Genetisch bedingte Kindersterblichkeit wäre riesig, aber eben nur, weil die Umwelt so und so ist. Das heißt, dass die Ergebnisse der Anlage Umweltforschung sozusagen maßgeschneidert sind auf den Zeitraum und die Gesellschaft, in denen geforscht wurde und dass sie sensibel auf gesellschaftlichen Wandel reagieren. Mit solchen Gedankengängen führe ich mir gern vor Augen, wie dynamisch Wissenschaft ist und dass Forschungsergebnisse für mich nicht dadurch wertvoll werden, dass ich sie als statische Wissensschnipsel im Gedächtnis ablege, sondern dadurch, dass sie mir über den Tellerrand sehen helfen und neue Möglichkeiten aufzeigen für persönlichen und gesellschaftlichen Wandel.